Aufnahme beginnt, Leute, es geht weiter hier. Nächste Runde, neues Glück und auf geht's hier. Und da sind wir auch wieder zurück. Wir spielen jetzt ein bisschen, naja, sag ich mal, Jatze für Fortgeschrittene, so könnte man es formulieren, oder Kniffel. Wir spiele mit dem guten Würfel und der Virus darf gleich mal den 1. Ja, ich darf wieder den 1. Nö, rein darf, da war eine Rotkugel. Ach, nicht mit den Würfeln, sag mal, hast du nicht mal Schmerz in der Unterhose? So, komm! Jetzt fällt das Ding runter, Mann! Ach, das gibt's doch nicht! Gib ihn mir! Ich hab ne Stachel, verdammter Huren, Scheiß! Fick doch, du Bratwurst, du Bums, Henne! Bumst du eine Bratwurst, Henne? Ich komm nicht hinterher, ich komm nicht, nein! Was machst du denn? Da macht der Iceman jetzt das Tor. Das war der Scheißwürfel. Ne, ich hab das Tor gemacht, ich geb's wenig zu. Aber ungewollt. Ja, siehste, hast du gesehen, ne? Mach das auf Zeit, ich mach das auf Zeit. Alle Leute, mach das auf Zeit, Lupe! Alles deine Schuld, definitiv, ihr habt's gesehen, Freunde. Einer muss nicht so zahlen. Der wird erst mal ein Tor rum. Ja. Guck dir das Ding nicht an, sondern mach was. Oh, genau, fahr doch dran vorbei! Das ist ja nicht in unsere Richtung, hau in, Mensch! Unser Tor ist das blaue, das Ding muss ans Branden. Okay. Äh, was ist das hier für ein Feiß? So, ich fahr das Ding mal ganz entspannt ins Ziel. Au, da hat er mir noch ne Arsch. Ah, da hat er, hat er Stachel gehabt, ja? Da war ich so richtig vorne hier. Mal hab ich die Stachel rausgefahren hier, da. Das wär ja schon, das war ja nicht der vollen Erwichtung. Gäh! Hab ich bisschen Express-Versand gespielt, das Paket wurde ausgeliefert. Boah, weg mir den Würfel hier! Äh, ey! Da weg damit! Junge! Hör doch mal auf mit dem Scheiß! Ich will doch nicht, das ist ein Müll hier! Hörst du mal auf, danke! Hier, mach mal rein! Nö, äh! Bam! Powertritt! Aja, Junge! Oh, Schneemann geht mir ganz schön auf den Sack grad hier! Ah, hör doch auf mich zu spawnen hier, du verdammte Kacke! Krieg mir doch manchmal gar... Ja, nix! Ah? Ja, Mann, jetzt hab ich schon gedacht... Oh! So, da, Vorlage, jetzt hau ihn rein! Jetzt gib mir doch hier, was ist das denn mit diesem Scheiß Müll hier! Jetzt hab ich doch mal auf die Tore, da, und was willst du das? Wie sollst du denn nicht nachher? Diese verdammten Eikens, die eigentlich drücken Knopf und nix passiert. Die kriegt ein Enterhaken, aber der will auch nicht! Alter, ich krieg dir gleich einen Darmverschluss, als du wieder am Spielen bist, aber... Alter, ich krieg gleich Hetzefakt hier bei diesem Kaspar Käse! Alter, krieg ich Hämorrhiden von deinem Spielstil! Jaaa, das Ding doch weiter nach Moskau! Hier, jetzt mach zurück da! Was? Jetzt fahr in die Tore! Dreh du! Du verdammte Nutte! Wo sind denn deine Stacheln hin? Sag mal, hast du die Balle? Das hat nen Zaun! Ey! Wo sind deine Stacheln hin? Oh, das klingt als hätte zu lieb... Wo willst du denn hin mit dem Ding? In eine bessere Welt! Das ist das Pornodospiel! Dreh dich auf die Füße, ne dumme Karre! Ach, wo bin denn denn immer nach oben, bin ich doch! Nein! Der fliegt in die Falschrichtung! Achtung, Tornado! Schlechtwetter! Ich kann nicht! Ich kann auch gleich nicht mehr, doch! Boah! Alter, ich hab noch nie mal so im Sport geschwitzt wie bei dem hier! Du fährst! Ui! Hochleistungssport hier ist schon klar! Das ist, äh... Das ist, äh... Das ist, äh... Mörder-Death-Kill immer! Das ist, äh... Mörder-Death-Kill! Alles klar! Das ist... Das ist... Simulation-Man! Juuu! Wo kommt denn da die... Die Sturmfront schon wieder her? Ist ja furchtbar! Ich drück und nix! Was ist denn? Jetzt drück doch! Er, Dings, Bums, Bla! Äh... Funktioniert bei mir nicht! Wie ist das ein Scheiß? Fackspiel! Hast du aber heute deine Fack... Ey! Juhu! Steil! Ich bin nicht da! Ja, er haut ihn rein! Das ist aber... Jawoll! Wunderschön! Steil hier für das 2-2, ihr Säcke! So, ich fahr mal lieber bei dir! Da bringt ja sowieso ne Sperr hier! Hör mal! Ey! Da hat's mich zerlegt! Hau den Lachs in die Mitte! Juhu! Ich hatte nur einen Knüppel... So einen Saugnack... So einen... Ja! Äh... Jo! Ja? 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 Rumble in the jungle here! Ja! Jawoll! Ja! 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 Du bist kompott! Der Mist! Oh, ich glaub das sieht stark nach der Verlängerung aus! Erstmal noch einen Tritt verteilen! Ich komm einfach nicht runter! Das ist zu fließt! Da liegt ein Behinderter durch die Gegend, ey! Die Englein machen heute Überstunden bei Virus! Gibt's auch nicht! Dann gibt's Haue! Popo haue! Popo haue! Oh! Nee! Geklaut! Sieg! Jawoll! So! Haha! Der war geil! Ich war direkt hinter dir, Alter! Das war so geil, ey! Jawoll! Schöne Sache! Schöne Sache! Schöne Sache! Ja! Herrlich! Tja! Für diese nette, kleine, herrliche Runde danke ich doch mal dem Jäsen für sein schönes Törchen! Hat er da sehr schön gemacht, hat uns den Arsch gerettet in die Drecksau! Immer wieder gerne! Ja, würde ich sagen, das war's auch schon wieder für heute, liebe Freunde! Und wenn ihr Lust und Laune habt, dann sehen wir uns selbstverständlich in der nächsten Runde wieder! Bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit! Hast du noch irgendwelche letzten Worte, lieber Virus? Ihr könnt uns gerne unter die Kommentare schreiben, ob ihr gerne mit Yeti oder mit mir spielen wollt, aber gemeinsam spielen macht einfach mehr Spaß! Also Leute, wir suchen noch welche! Also meldet euch! Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal! Euer Virus! Ciao! Macht's gut! Ciao, ciao!